Der kleine Schwein. Alter, wie viel Slimes sind denn hier? Zehn, fünftzehn? Ich schlag gleich auf dich ein. Ach, das muss doch nicht sein. Oh, das find ich gar nicht fein. Nein, nein, nein. Schwimmst du auch so gern im Rhein? Nein. Wer macht die Antwort? Nücken. Wer macht die Antwort? Nücken. Die Antwort, nicht Antwort. Und wer macht die Antwort? Nücken. Ja, das sind dann wohl wir, oder was? Äh, du, ja. Ja, nee, 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 so haben wir nicht gewettet, mein Freund. Ja, moin, moin, Leute und Männer. Und Frauen und Jungs und was auch immer noch da gerade rumfleucht und seucht. Oh, hier ist der Loch im Boden, wie kommt denn das? Achso, hab ich gelassen. Äh, willkommen zu Mielecraft, Acralian Skies. Mit ihm gut Kitsi und zu meiner Wenigkeit. Ich flieg mal los. Der Nutoka wäre das. Oh, Honeycups wäre das. Sehr schön, sehr schön. Oh, Creeper. So, so. Ender. Quetzt Bug. Neneene. Neneene. Wo ist das? Neneene. Wo ist das? Oh. Nenanenanenananana. Ich hab's nur zwischendurch gehört und dann... Pfff. Denk dran, du hast fast keine Rüstung mehr. Ja. Ich weiß mal, wo deine Rüstung hin ist. Kann doch nicht kaputt sein. Weiß ich auch nicht. Wow. Hallo Ender. Enderli. Ah, den hab ich schon vorbereitet für dich. 13%. Tot. Oh, übrigens hat er eine Ender-Pelgut-Trop. 10%, 9%, 8%, ich muss übers Wasser. 7, 6, alles gut. Du wirst abstürzen. Alles gut. Du sag mal, wie schalte ich nochmal das Jetpack aus? D und F. Eins ist Hover-Mode, eins ist normal. Äh, ich müsste da eine, eine, eine Forest-Bee reinmachen. Ja, sehr gut. Wo ist mein... Da ist mein Apiaris-Backpack. Ah, Forest-Drone, Forest-Drone. Hauen wir mal hier die. Zack. Ich geh dann mal zum Arbeiten auf dem Turm, ne? Ja, okay. Verschwinde. Nein, erst geh ich schlafen. Ach, die ist ja noch am Arbeiten. Okay, alles grün. Huiiii. Ja, stimmt. Schlafen ist ne gute Idee. Die Bienen arbeiten ja nur tagsüber. Das ist dann sehr gut. Das auch, ja. Und auf meinem Turm spawnen Monster. Oh nein, das ist gewalt. Das find ich auch ganz fiese von denen, dass sie einfach so, ohne zu fragen, auf meinem Turm hausieren. Das ist eine Frechheit. Hausieren oder Pausieren? Beides. Oh, okay. Okay. Ich weiß nicht. Wie soll ich den denn nochmal gestalten jetzt? Mach ich jetzt, mach ich den noch größer oder mach ich den noch höher? Brennt. Burn the witch, let the fire burn. And it burns, 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 burns. Like a zombie on fire. Wie täh? Wie täh? Zombie on fire. Zombie, zombie. Na, Kinsey, was machst du so? Wo ist er denn schon wieder? Ich sammel den Dreck auf meinem Turm ein. Ach so. Da ist noch mehr verrottetes Fleisch. So. Leuchte oben auch mal aus. Ich habe genau eine Fackel dabei, aber ich habe noch Glowstone und ich glaube in meinem Sack. Boah, wir können doch, wir können doch wie, wie heißt dieses magische Feuer von, von Towncraft. Ach, ähm. Damit können wir hier ausleuchten. Lumi irgendwas. Ne, 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 das ist der Aspekt davon, aber es gibt so, äh, Dinger, die man pflanzen kann. Irgendeine Essenz glaube ich, warte mal. Ja, ne, das ist ja die Essenz. Lumi irgendwas. Aber du kannst daraus halt was, guck mal, ob ich das finde. Wobei Towncraft ist glaube ich im Nadine of Items nicht drin, oder? Ähm, bin ich mir grad nicht sicher. Warum? Ich glaube nur die Rezepte nicht. Da sind... Da, 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 da. Na, 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 na. Ne, ich glaube das ist hier nicht drin. Ich mach mal Add Mod Punkt Towncraft. Ja, bin ich doch gerade schon da. Bist du schon. Aber es ist nicht drin, ne. Also ich habe hier vieles von Towncraft. Ja, Googles of Revealing habe ich. Alles mögliche. Ja, aber das sind nur wirklich die, die Rezepte, die man im Crafting Table machen kann. Ach, ich weiß. Aber du hast ja diesen, du hast ja diesen Schreibtisch. Nitor braucht man dafür, aber. Ja, heißt es nicht sogar so? Ja, ich glaube das ist es. Ich glaube das ist es auch. Das kann man einmal als Energiequelle oder zum Kessel erhitzen benutzen. Als Hitzequelle, ja. Ja, und einmal auch als Lichtquelle. Ne, da muss man, das war in einer Fiole. Äh, Fiole. Ne, du kannst das auch so setzen, das Nitor. Aber das, das ist zum Ausleuchten, das ist in einem Gläschen. In einem Fläschchen. Das habe ich nie benutzt. Ich habe mir lieber die, ähm, großen Lampen gemacht. Ja, aber Nitor ist halt am Anfang einfacher zu kommen. Ja. Oh, Handy, halt doch die Fresse, ey. Okay. Hört man das eigentlich, wenn das... Ja, ganz leise. Ganz leise. Mach dir keinen Kopf, Lauf. Mach dir keinen Kopf. Ähm, ich weiß nicht, soll ich ihn noch größer machen oder soll ich es lassen? Ja, Kindsy, mach ihn noch größer. Ja. Hast du gerät von deinem Turm? Ne, der ist groß gemacht. Fenster? Jo. Was ist das? Irgendwer klopft bei dir an. Das hört man, ne? Ne, natürlich. Also wenn man meinen, vibrieren vom Handy, hörst du... Ach, steht wieder einer an deinem Fenster? Ne, der Nachbar macht wieder, hängt ein Bild auf oder so. Na, solange er sich nicht selber aufhängt, geht es ja. Jo. Äh, das ist durf. Ne, weg. Ah, wenns wollt. Ich traf grad ein bisschen planlos rum. Ich hoffe, das stört niemanden. Guck mal ins Questbook. So, da bin ich dran. Ah ja, Genetic Manipulation wollte ich ja machen. Hm. Ja, ich fürchte, ich brauche noch viel mehr Platz. Oh Mist, die Baumfarm leidet darunter. Kriegt ja gar keine Sonne mehr, aber wir haben genug Holz, es passt alles. Du, 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 du. Hallo Zombie. Und Zeug da drin. Na, machst du ja wieder die kleinen Mobbys tot? Ja, die gehen mir tierisch auf die Eier hier die ganze Zeit. Ich werde unsere Mobbform nochmal nochmal ausleuchten. Mhm. Da wird nicht gerade so viel gespawnt, ey. Das ist ja echt. Nachher leckt noch das Server-Line und das muss ja nicht sein. Oh, der hat sich gereimt. Oha. Der kleine Schwein. Alter, wie viel Slimes sind denn hier? Zehn, fünfzehn. Ne? Ne? Ich schlag gleich auf dich ein. Ach, das muss doch nicht sein. Oh, das finde ich gar nicht fein. Nein, 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 nein. Schwimmst du auch so gerne im Rhein? Nein. Der ist ja auch gar nicht so rein, wie der Name besagt. Echt? Äh, F war das, genau. Jetpack Engine Disabled. So. Äh. Ich bin mir nicht sicher. So. Oh, Nachbar, bitte. Alter. Das geht mal gar nicht hier. So. Ich brauche von wenigstens nicht mehr so viel. Oh, verdammt. Kann ich, kann ich denn, wie weit kann ich das denn entfernen? Oh, es ruckelt. Es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt. Ja, die brauche ich ja nicht. So. Dann, 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 dann. Oh, ich, äh, ne, jetzt ist ich kaputt, ne? Ah, jetzt brauche ich Stahl zum Reparieren. Ja, haben wir ja, ne? Ne. Okay. Mach dir doch einfach eine Taumcraft-Rüstung. Ne, ich, ähm, ja, die Rüstung müsste auch mal erneuert werden. Ah, die Taumcraft-Rüstung. Oha, das ist noch ein weiter, weiter Weg. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein! Auf! Wo ist denn Stahl? Oh, jetzt habe ich keine Feinde mehr. Verdammt. Flokolem. Fleischkollem. Äh, Stil. Aber nur mit Stil. Äh, jetzt wollte ich gerade Steil schreiben. Steil? Steil. Ich geh steil, Alter. Ich geh steil. Ich glaube, ich brauche mehr als einen Steil zum Reparieren. So. Mal gucken wir mal da rein. So. Zwei sind dabei. So, eine Stahl wieder rein. So. Die Strings rein. Machen wir das nochmal da rein, so. Ja. Oh, da sind noch mehr Feinde. Chicken Jerky kommt da rein. Ich muss irgendwo die Golden Lantern anbringen. Sag mal, haben wir nicht Green Lantern? Das wäre viel cooler. Äh, die gibt es auch noch in Grün. Echt? Aber ich glaube, die heißen dann Green Golden Lantern oder so. Ach man. Ich fühle mich ganz durchlöchert. Hör auf. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Hör auf. Oh, mach das Clown, wenn ich dich treffe. Hör auf, hör auf, hör auf. Nicht, nicht mehr. Ich habe ein Herz noch. Ja, geil. Alter. Don't mess with the boss. Alter. Na, warte mal gucken, wie es mit dem B-Jart ist. Ja, da hat ein bisschen Angst. Oh ja, das ist cool. Ich habe dich doch gar nicht so oft getroffen. Ähm, ne, ich hatte schon ein bisschen was verloren. Ja, dann erklärt das ja einiges. Also eigentlich könnt ihr ruhig mal die Pickaxe aufleveln hier. Ähm, nein, da möchte ich. Manual support. 37% des Quests voll, äh, vollbracht. Dü, 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 dü. Was wird denn mein Keller? Also mein Turm, naja, Luftkeller sozusagen. Mach ich da eine Leiterin? Ah, wir wollen ja einen Teleporter machen. Der ist auch gar nicht so schwer zu bauen, glaube ich. Ja, ich weiß eben nicht, ob Teleporter hier gehen. Ob du die bauen kannst. Ich bin irgendwie der Meinung, du, ähm, du kannst die Teleporter nur als Belohnung bekommen. Ja, dann nehmen wir den aus dem, ähm, Restaurant. Noin. Oh, das war niedlich. Okay, wir lassen ihn da. Yeah, ich bin niedlich. Ja, das war ja so zuckersüß. Da kann ich nicht widerstehen. Oh, ich schlägt mal im Zucker. ich glaube ich bin morgen auch versuche einmal durch ein inokulator zu bauen die gegen borstel inokulator es ist irgendwie pervers was brauchst du magma creme derius ist einfach zu kriegen gar nicht blaze powder doch wir haben noch blaze powder wo haben wir denn den blaze powder da nicht was brauchst du noch blaze powder und slimeball ach mist habe ich noch cleanstorm ich glaube das lasse ich hier stehen irgendwo haben wir noch mal blaze powder blaze powder blaze powder blaze powder ganz ruhig ganz ruhig es wird alles gut wo könnte das blick oder noch sein ich gucke mal in meinem inventar habe ich glaube nicht ich habe ja auch noch den enthalten wollte hier oben ja auch noch einbauen ja ich baue hier noch eine reihe clean stone genau blaze powder überhaupt herbekommen von einem blaze rod ja aber nur naja wenn du hier eine richtige welt hättest könntest du es auch aus einer wüste kriegen durch die wüsten tom craft blumen hier ich weiß nicht vielleicht kann man diese blumen sogar herstellen oder ich mache in den fluid transposer redstone und glowstone dust ach das funktioniert auch gehen er soll funktionieren cooles ding cooles ding oder wenn wir das sieben kann das auch rauskommen dann müssen wir doch welche haben ja guck mal in der kiste nicht schon ja habe ich ja schon nix drin hab nix gefunden das kann oder das ist ja sehr seltsam aber wir haben doch schon so viel gesiebt um redstone zu bekommen da muss doch auch irgendwo da place powder 40 stück na bitte augen auf beim eierlauf mache ich mir jetzt mal 30 magma kreis magma kreis wohl so viel brauche ich eigentlich gar nicht noch mal nur die hälfte 15 zack ist doch da kennt sie ja ich fliege gerade runter und muss mein jetpack schon wieder laden das wieder auf 26 prozent so weiter jetzt weiß ich nicht mehr den namen da ist er was braucht ich dafür noch ein empty serum dafür braucht nur gold und klasse das ist ja easy dafür brauch ich was das enhanced circuit board hey fackel mich nicht an oh schuldige richte hier so ein bisschen verbrannt uiuiuiui das ist ja sogar noch eine teure angelegung ja das ist eine teure angelegenheit fangen wir mal mit dem sturdy casing an dafür brauche ich brauche ich brauche ich ähm ich scanne mal ein bisschen was womit muss ich dann noch mal anfangen ich glaube stein habe ich schon in ihrer fans geht noch nicht nichts mit holz geht ähm wir warten es gleich clay geht noch nicht ich weiß nicht clay geht ja ist auch nur wasser und die clay-reward okay säft ne keiner net säft geht nicht säft geht nicht wenn er jetzt die er habe ich schon traum kraft ist mit dem ankommen kann man sonst auch viel einfacher das scannen ja gibt viel mehr möglichkeiten deswegen meinst du um ja genau so ist es das ist weil man hat ja mehr dinge die man scannen kann das bino redstone und kappa hab ich schon wieder keine tinte doch da und papier hab ich kein papier wo ist denn mein papier mal gucken halt was im system ist bevor ich weiter scanne und wieder ähm endlos aufgabe habe ich mir wieder ausgesucht für geige paper kein paper da warum ist denn kein paper da schon wieder nacht ne scheiße wohnband redstone redstone wir brauchen schon wieder so viel redstone alter vater hier ist natürlich kein redstone wie sieht es hier aus blödes skelett hast du noch redstone bei dir zufällig ich guck mal grad ich muss mal grad in sicherheit fliegen aber ich glaube nicht ich habe alles ausgemistet für den kreativ modus hier ach da ist ja eine stil stil chest plate eine stilvolle chest plate praktisch die ziehe ich mir da mal an aber redstone habe ich nicht kann ich gar nicht ich habe ja das jetpack shit da ist noch ein wenig das ist ja ja blödes skelett bleib mal stehen da genau brauchst du noch was aus dem garten ne kann ich aber danke der nachfrage jojo kein problem oh jetzt könnte der server ein wenig hängen oh was hast du getan getunt getunt ich habe die autosiebe hier ein bisschen abgeändert in der hoffnung dass sie jetzt besser funktioniert weil mit zwei kisten ist immer so eine sache wenn man mit pipes arbeitet man holt ja immer nur das von der seite die ihm gerade am besten gefällt ja so ist er der schelm wo könnte ich denn noch eine kiste hinsetzen ähm ähm da hinten so nam 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 ja tiere kann ich auch noch nicht scannen und gras kann ich auch noch nicht scannen aber dirt müsste gehen ich habe mich gerade beim essen aufgehangen irgendwie ja es ist schon wieder dunkel ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö das dauert überlegen 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 ein ei könnte funktionieren nein geht auch noch nicht womit fängt man dann noch mal an letzten mit dem anfang letztens gerade tutorial gesehen letztens grad letztens grad das macht natürlich sind soll vor kurzer zeit okay dann sagt das doch euren bis zu der deutschen sprache der deutschen sprache nicht doch herr oberleutnant der gut ausgezeichnet glas hat funktioniert sehr schön krascht abdeid ohr kommt hier muss goll wir könnten das herr flue dort geht ja das sind alles die wir die schon habe vielleicht geht netherrack ich glaube es war auch sehr früh jetzt wieder alles voller eisen der das wohl war unfoller lied kennt sie was in der schmerz gerne gelb aber das verbindet sich ja das verbindet sich na hey auf nein bitte wasser habe ich schon das schild wird nicht funktionieren liefs funktioniert nicht muss schieß du bist eine moschee geht noch nicht fährt und natürlich auch ein muschi kann ich nichts von lernen haben wir noch irgendwo sand hier in der nähe doch unten in der sludge in der alten sludge kiste ist jede menge sand und ich hole ihn dir bei oben naja ist okay okay was wir hast du sand ich wollte ein paar kaktelen setzen alles gut ist weg ja vielleicht habe ich den schon genommen 64 und 7 vielleicht habe ich den schon genommen genehmt tainted soil mal gucken ob ich das kennen kann das eigentlich schon mal ein quest da jetzt komplett nein ich war eine torm anbauen du bist doch gerade da am scan gibt das keine quest dem bin ich mir nicht sicher eigentlich weiß ich es überhaupt nicht aber ich kann ja mal nachschauen klikertes start bis jetzt die 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 das ist doch bestimmt eins habe ich glaube ich noch abgeschlossen und mich nicht ganz träge schä..... ah ja hier Kilziru Zombie muss ich auch mehr daran denken dass die abnehmen abnehmen. Obwohl Kills e 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 Kills Ehm... One Quest will Unclame with Gstsarsharp Mäuschen Machst du oder soll ich??? Also mach ich okay dann vielen vielen dank dass ihr eingeschaltet habt und ja schaltet das nächste mal wieder ein da geht es hier weiter auf unserer kleinen süßen inseln bis dann macht's gut tschüss ich muss ich muss auf